Willkommen zu einem neuen Video zu Clash Royale. Ja, habe ich ja gesagt, nur einmal pro Woche und das ist Sonntag. Heute... Achso, hat sich genügt. Heute können wir aber nicht richtig spielen. Weil, wie man hier unten sieht, habe ich zwei Drohnen, gute. Und die möchte ich bei einem anderen Kanal aufnehmen und dann hochladen. Und, ja. Ja, komm, lasst uns mal den austesten. Komm, betest dich. Ich habe gehofft, dass der ist, dass ich überhaupt Videomaterial habe, um sich das überhaupt zu lohnen. Wenn es Montag wieder auskommt, dann heißt es, dass ich das nicht schaffe. Ne, in meinen Bildern nicht gut genug war, um das zu hinzuringen. Ja, wenn es heute noch ein Alarm würde. Du nutzt Dinge mal, ich höre sie mal auf die Seite. Du, du nutzt dich, du nutzt dich. Ich bin so einfach auf der einen Motorradradasmus. Ja, dann mal wieder zurück. Oh. BAM! BAM! Noah-chan. Jake, I've been on. Oh, Knatsch. Einfach mal Pfeile machen. Ja, dass ich überhaupt einen Kampf mache. Aber ich verdiene es wirklich nicht. So, ich hab einen Kampf gemacht. Und dann kämpfe ich einfach gegen den Trainer. Macht dann Unterschiede auf einen Kampf. Und bevor ich gar nichts mache. Und das Video aber langweilig ist. Ich hab gewonnen. Ja, auf Lea hat euch das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.